Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin2Go News Update. Ihr seht es hier oben und im Hintergrund, die Stimmung nicht optimal, mitten in der Woche, nicht alles rot, aber es sieht nicht gut aus. Und warum Bitcoin vielleicht doch noch eine deutlichere Korrektur durchleben könnte, das wollen wir uns heute im Video anschauen. Ich habe auch jede Menge Altcoin News, denn die performen gerade sehr, sehr gut, was auch wiederum ein bisschen unterstützt, warum es bei Bitcoin gerade nicht so gut läuft. Wir gucken drauf, ich fasse alles für euch zusammen. Wenn euch das Video gefällt, Like draufhauen, jetzt aber erstmal zurücklehnen, anschneiden und dann viel Spaß beim Update. Hi, mein Name ist Mirko und ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Ihr habt den Sitz in eine angenehme Position gestellt, denn es wird definitiv turbulent. Die Märkte heute ein bisschen, ein bisschen viel vielleicht sogar unter Druck. Information erstmal in eigener Sache nochmal kurz zum Start. Ihr kennt vielleicht schon meinen Twitch-Kanal. Dort werde ich heute live sein mit einem neuen Talk-Format, einem Special-Format, wo es um das Thema NFT-Gaming, aber vor allem so rare, die es mal geht. Also wer an dem Spiel so rare Interesse hat, ich habe dazu ja auch schon ein paar Videos gemacht, Tutorials etc. Guckt es euch gerne auf meinem Kanal mal an. Schaltet heute Abend gerne rein, wenn ihr da Lust habt. Ich bin dann erst nächsten Mittwoch wieder live, weil ich jetzt die Tage noch ein bisschen unterwegs sein werde. Wir gucken jetzt mal auf die Kacheln und hier steht Bitcoin noch bei Quantified Crypto um die 60.000 US-Dollar. Ihr seht aber durch die Bank weg, ja, fette, fette Minuszeichen. Wir haben noch Cosmos, die so ein bisschen hochfliegen können, auch Aave. Wir gucken gleich natürlich nochmal auf die Gewinner. Jetzt erstmal auf den Bitcoin-Kurs. Der aktuell, da bricht es mir glatt die Stimme weg, ihr hört es, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Aber ihr seht, 60.000 US-Dollar, der Kampf, er ist wieder eröffnet. Wir haben in der Nacht deutlich nachgelassen, die 60.000er Marke nochmal deutlich wieder zurückerobern können. Auch gerade sehen wir, dass der Kampf immer noch da ist und die 60.000er Marke, sie ist sehr, sehr wichtig für den Bitcoin-Kurs. Ein Stabilitätsfaktor, der zuletzt sehr stark gehalten hat. Und gucken wir mal auf die Analyse von RecCapital. Dann sehen wir eben auch, dass er ja schon ein bisschen geahnt hat, dass es in die orangenen Bereiche gehen könnte. Bis hin rein wieder in die grüne Supportzone, die er auch beschrieben hat. Das heißt, selbst wenn die 60.000 fallen, ist es auch noch kein Weltuntergang. Aber wir sehen, es greift mal wieder bei The Rumors, Sell The News nicht ganz. Aber die Fantasie bei Bitcoin ist gerade ein bisschen raus. Es kommen zwar jede Menge gute Nachrichten gerade, aber man merkt, der Markt ist jetzt erstmal gesättigt. Gesättigt davon, dass alle möglichen ETFs raus sind. Der ProShare ETF ist ja jetzt auch noch raus, beziehungsweise von FANEC, sorry. Alles Mögliche ist jetzt raus an Finanzprodukten. Jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe und die Frage, ob wir dann wieder in diese grüne Zone, also auch unter die 60.000 gehen, auf jeden Fall aber hier ein Support, der sich zuletzt gebildet hat. Deswegen erstmal kein Grund zur Sorge und damit ihr euch noch weniger sorgen müsst, da will ich mit euch nochmal ein bisschen, ja, mentales Training machen. Denn jetzt gilt es auch wieder raus zu zoomen. Hier ist gar kein Grund zur Panik, wirklich überhaupt nicht. Vielleicht bilden sich sogar gute Einstiegschancen, wenn es jetzt nochmal ein bisschen korrigiert bei Bitcoin. Bietet auch Chancen für eine Einladung von Altcoin, das sehen wir gleich auch noch in meiner Zusammenfassung. Aber wir sehen hier zum Beispiel das Top-Cap-Model von Willi Wu, welches ja sehr, sehr treffend auch vorausgesagt hat, wann Market-Tops eingetreten sind. Und ihr seht, die rote Linie wurde in diesem Bullmarkt, in diesem Zyklus noch nicht durchschritten, noch nicht berührt, noch kein Top-Signal ausgelöst. Und daher ist es zumindest auch mal aus der Makro-Perspektive ein ganz gutes Zeichen. Und auch hier das Bitcoin-Stock-to-Flow-Modell, es ist weiter positiv. Und Plan B hat ja selber auch gesagt, 63.000, die sehen wir im Oktober, die haben wir gesehen. Wir haben ein neues Alltime High mit 70.000 gesehen. Jetzt lasst uns den Dampf erstmal aus dem Kessel lassen, ein bisschen durchatmen, gilt auch für mich. Ein bisschen Tempo rausnehmen und ein bisschen gucken, was sonst so geht. Denn fundamental ist weiter die Situation ganz gut im Markt. Wir haben die US-Regulator, die gucken sich weiter Krypto an. Sie wollen jetzt eben auch eine Möglichkeit schaffen, eine Basis schaffen für die Banken, dass sie auch eben mit Krypto und Krypto-Services hantieren können. Die FDIC hat hier ein bisschen darüber gesprochen. Aber auch mit dem Hinweis, liebe Leute, vergesst nicht, Regulierung ist wichtig. Gerade auch in Bezug auf Stablecoins, wo wir jetzt erfahren haben, der liegt gestern, schaut euch die News auf jeden Fall nochmal an. Das Damoklesschwert, was jetzt so ein bisschen FUD, also ein bisschen Fear, Uncertainty, Doubt, Angstpotenzial bietet, ist eben der Crackdown bzw. Regulierung von Stablecoins, dass die SEC hier mehr Macht bekommen könnte. Der Report, er ist noch offen, das offizielle Statement, ob die SEC jetzt diese Macht bekommt oder nicht, werden wir wohl in dieser Woche erfahren. Es war, wie gesagt, ein Leak, aber sehr wahrscheinlich, dass es kommen wird und auch wenig überraschend. Denn klar ist, Stablecoins sind einer großen Angriffsfaktoren für die Fiat-Währung und eben sehr viel deutlich regulierbarer als jetzt Bitcoin, was durch den dezentralen freien Charakter der Blockchain da ein bisschen freier gestaltet ist, als ein Unternehmen wie Tether, was ein Unternehmenssitz hat und entsprechend auch Einschränkungen vielleicht genießt. Just In, wir haben die Citibank, auch hier wieder positive Nachrichten, die warten gar nicht erst auf die Regulatoren, die geben selber Gas. Building Infrastructure to accept Crypto Payments, sie wollen Crypto-Zahlungen für ihre Kunden ermöglichen, schließen sich hier also auch Mastercard an. Es wird sicherlich auch noch American Express und Visa folgen, also die Leute sind Crypto, die Leute sind da und FTX will das Momentum mitnehmen im Super Bowl, wird eine fette, ja, eine fette Commercial gestartet. Wir haben ja schon, die haben auch schon, glaube ich, mit, nee, das war Gemini, glaube ich, die mit Tom Brady auch schon zusammengearbeitet haben. Aber ihr seht, die Masse ist da, es wird jetzt ja auch alles getan, FTX ist ja auch einen guten Fundraising gelegt, die haben Kohle, können sie das auf jeden Fall mal leisten. Sagt mir doch, wie ist eure Stimmung gerade aktuell? Seid ihr jetzt ein bisschen panisch? Wie geht ihr in solchen Situationen auch um? Ich weiß, Bitcoin ist ja vielleicht ein bisschen überdramatisch, aber schreibt mir doch gerne unten rein. Was seht ihr jetzt in naher Zukunft jetzt noch? Verkauft sich das noch weiter ab? Wo liegt noch Fantasie für Bitcoin? Wo noch Chancen? Oder bis wohin geht es vielleicht dann runter in der kleinen Korrektur? Und wer wird da vielleicht auch Nutznießer und Gewinner sein? Wir gucken nochmal auf die Suchanfragen, die sind leider auch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, nämlich wieder ein bisschen runtergegangen, aber nicht so wild. Ist noch nichts passiert, denn auch hier, der Retail hat diesen Markt noch gar nicht gesehen, der war noch gar nicht richtig dabei. Das heißt, wir sind hier immer noch auf einem ganz, ganz anderen Fundament, auf einem viel solideren Fundament. Und ja, da braucht es dann eben, um wirklich die Explosion auszuleben, den Retail. Und den sehen wir gleich, wenn wir auf die Altcoins gucken. Entsprechend die Bitcoin-Dominanz bei 44,47. Weiter also im Rückwärtsgang, ganz klarer Indikator dafür, die Altcoins, die performen. Der Altcoins Season Index heizt sich langsam auch weiter auf. Ich habe es ja gestern und wie in meinen täglichen Updates ja auch immer euch gezeigt, dass da auf jeden Fall gerade einiges los ist. Hier ein ganz wichtiger Faktor, der Total Value Locked. Also was ist gelockt an Werten in Applikationen? Und da sehen wir eben immer noch fast 250 Milliarden US-Dollar. Und das ist ein wichtiger Indikator, denn man kann hier sehr gut erkennen, wo Werte reinfließen. Aber hier muss man auch sagen, das ist natürlich jetzt in Dollar gemessen. Hier muss man dann natürlich immer auch in die native Währung gehen. Und da sieht man dann so ein bisschen die Wahrheit. Aber bleiben wir mal bei den US-Dollar. Da sehen wir, dass Phantom ja natürlich jetzt stark performen konnte. Da ist jetzt aber wieder ein bisschen Erholung angesetzt, denn die ist durch. Die Konferenz ist noch nicht ganz durch, aber die heißen Themen sind durch. Das heißt, Fantasien sind da jetzt erstmal wieder rausgepreist. Phantom entsprechend heute ein bisschen schwächer. 10 Milliarden US-Dollar angelockten Werten bei Terra Luna. Da gibt es auch Updates, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Arbitrum, Second Layer Scaling auf Ethereum. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, liebe Leute. Ein Thema, was auch Vitalik Buterin nochmal angedeutet hat. Layer-2-Scaling ist für Ethereum und die Dezentralität von Ethereum selbst ein sehr, sehr wichtiges Thema. Entsprechend bullisch auch die Aussicht, dass hier Arbitrum weiter zulegt und die Anwendungen hier weiter reingehen. Ein Hidden Champ, und das gucken wir uns gleich an, ist Near Protocol. Da sollte man vielleicht noch einen Blick drauf werfen. Da wandert nämlich ordentlich Kohle rein. Wir gucken jetzt aber erstmal auf die Gewinner des Tages und ich mache mal eben die aktuellen Kurse rein. Wichtig, ich habe das Video um circa, wie viel haben wir überhaupt jetzt hier? Ich weiß es nicht, halb elf aufgenommen. Das heißt, wenn jetzt ein bisschen andere Kurse bei euch sind, dann verzeiht es mir an der Stelle. Dann hat es vielleicht noch weiter korrigiert, aber wir sehen hier zum Beispiel auch in der Stunde, 24 Stunden, doch deutliche Abstrafungen. Shiba Inu, der Gewinner aktuell. Und da sehen wir jetzt auch die Gewinner des Tages. Das ist Shiba Inu, 34% Kursplus. Und liebe Leute, wir brauchen uns auch hier wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen. Shiba Inu, wir Dogecoin flippen. Es sind nur noch, und gucken wir mal auf die Marktkapitalisierung. Ich habe es ja auch in den letzten Videos schon gesagt, es wundert mich nicht, denn der Hype ist da. Es sind auch tatsächlich für mich mehr Anwendungen in Shiba Inu. Allein der Shiba Swap, auch wenn es nicht das Riesending ist, hat eben zumindest mal eine dezentrale Börse und eine Anwendung. Plus die Tokenökonomie, die hier nochmal ein bisschen mehr zum Hoddle einlädt, als jetzt bei Dogecoin selber, der ja sehr inflationär ist. Das vergessen die meisten an der Stelle. Also Flippening zwischen den beiden Hundecoins. Ich glaube ja, wie nachhaltig, das weiß ich nicht. Hängt auch da ein bisschen an der Dogecoin-Community. Wir gehen nochmal zurück. Sorry, ich wollte noch nicht raus hier. Wir gehen nochmal zurück auf die Gewinnerstages, haben wir noch Aave, SafeMoon. Es zeigt sich wieder mal, die Meme-Coins sind da. Und hier gehen jetzt wieder, liebe Leute, alle Alarmglocken an. Ding, 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 ding. Denn wenn Meme-Coin-Season ist, dann ist es gefährlich. Das haben wir zuletzt auch im April, Mai gesehen. Da ging es dann am Ende des Zyklus natürlich in die Meme-Coins. Ist jetzt kein Zeichen dafür, dass wir schon den Ende des Zyklus sehen. Ich habe das Cap-Top-Model nochmal gezeigt. Und auch, wenn wir den Roll-Over-Effekt gerade sehen, es ist noch nichts. Aber das Geld wandert eben, der Retail wandert eben da. In die Möglichkeiten oder in die Projekte, wo er großes Potenzial noch sieht. Und das ist in den Meme-Coins, weil man hier die Werte, die Preisführung noch nicht abgeschlossen hat. Kosmos ansonsten, wie gesagt, ein Gewinner. Helium, wir haben Earn Finance, also auch ein bisschen DeFi. Und das ist auch ganz interessant. Shiba, also was steckt dahinter? Was ist eigentlich hinter dem Kursanstieg festzustellen? Natürlich der Retail-Hype, aber auch eine Trading-App, nämlich Public. Die jetzt Shiba gelistet haben. Ein weiterer Leak, das jetzt demnächst auch, nicht Trade Republic, um Gottes Willen, aber die bestimmt auch irgendwann. Robin Hood, die werden wohl Shiba Inu auch mit aufnehmen. Und das sorgt gerade für weitere Kursfantasien. Denn es öffnet den Markt weiter. Mehr Liquidität, mehr Volumen bedeutet auch mehr Hype um das Projekt und entsprechend auch Kurssteigerung. Wir gucken auf AVE News. Da kann ich euch enttäuschen. Hier ein sehr, sehr cooler Beitrag, dass es eben nicht immer News gibt. Manchmal sind es einfach die Charts, die die Wahrheit sagen. Hier steht es, show me the chart, I'll tell you the news. Also warten wir mal, was dann die News-Schmieden daraus machen, warum bei AVE heute so ein starker Anstieg festzustellen ist. Wir gucken jetzt weiter auf das NEAR-Protokoll. Hier gibt es noch ein fettes Announcement. Und ich hatte schon gesagt, was ist die Strategie? Wie schaffen es Layer-1-Protokolle und warum ist da gerade so ein Hype? Ganz klar, hier wird Geld reingesteckt. Die Foundations, die Projekte, die das Geld eingesammelt haben, schieben es gerade in den Markt, locken Projekte an, Lieferapplikationen, Applikationen jeder Art, auf ihre Chain zu kommen, um die möglichst beste, in Anführungsstrichen beste Chain zu nutzen. In dem Fall hier Protokolle, die haben jetzt sogar auf 800 Millionen den Ecosystem Fund erhöht. The Graph ist in der Beta-Variante integriert worden im NEAR-Protokoll. Also auch hier gute News. Dann kommen jetzt wirklich alle aus ihren Löchern wieder rausgekochen. Viele fragen sich, ey, es gibt doch so viele Blockchains noch. Was ist eigentlich mit den alten Helden? Wir hatten eine IOTA, hatten wir ja schon drin. Smart Contracts sind da, auch Beta hier. Aber Justin Sun haut raus, Tron, 1,1 Milliarden Fund to support Daliesta. Also hier DeFi 2.0, Occupy DeFi, wie es hier auch in der Twitter-Szene heißt. Die sollen da bauen, die sollen irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob er da was bei Tron baut. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber es zeigt sich eben, die Chains hauen die Kohle raus. Sie wollen natürlich Applikationen ranziehen. Das Endergebnis wird aber vor allem Interoperabilität sein. Projekte, Chains, die miteinander kommunizieren. Und wer das sehr, sehr gut vorlebt, da kommen wir gleich noch drauf zu, ist SushiSwap zum Beispiel. Bin ich ja persönlich ein großer Fan von, von dem dezentralen Exchange, von der dezentralen Börse. Weil es einfach auf jeder Chain da ist. Terra ansonsten hat jetzt eine Kooperation mit Chainlink. Also auch ein News mal für euch Leute. Chainlink wird auch auf anderen Chains natürlich genutzt. Denn es ist nicht auf Ethereum oder Sonstiges beschränkt. Es kann überall eingesetzt werden. Und Oracles braucht es dann eben auch in jedem Protokoll. Das hat Ethereum schon hinter sich. Die sind auf dem Weg zu 2.0. Hier jetzt ein bisschen näher rangekommen. Durch das nahende Beacon Chain Update. Das Altair Upgrade. Das erste Upgrade der Beacon Chain überhaupt. Der erste große Test. Wie es dann werden könnte, wenn die Beacon Chain bzw. Ethereum 2.0 gemerged wird. Wenn alles zusammenfließt in dem neuen Ethereum 2.0 Konstrukt. Welches 2022 an den Start gehen soll. Das wurde jetzt hier auch nochmal zumindest in Zahlen genannt von einer der Entwickler. und ja, sehr, sehr spannende Entwicklung. Für mich das Thema überhaupt 2022 und vielleicht auch das K.O. dann eben wieder für die Layer-1-Romantik um die anderen Chains, die dann sich zusammenschließen müssen in Interoperabilität und zusammen eben ein sehr, sehr viel größeres Netzwerk noch schaffen, an dem sich natürlich aber auch Ethereum beteiligt. Ja, ich frage jetzt mal nicht. Ich wollte schon wieder die zweite Kamera einstellen. Wir gucken erstmal auf Sushi. Sushi ist jetzt im Moonbeam Network dabei. Auf Moonriver ja jetzt live demnächst. Oder es ist jetzt, glaube ich, auch schon live. Sehr, sehr cool. Also es zeigt sich, Sushi geht wirklich auf jede Plattform, die es überhaupt gibt. Und um euch das mal hier zu beweisen, wir sehen zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Ethereum gehen, dann gucken wir uns, was sind so die wichtigsten Applikationen. Und da sehen wir hier zum Beispiel eben SushiSwap. Und da seht ihr mal, wie viele, auf wie vielen Chains SushiSwap wirklich aktiv ist als dezentrale Börse. Ja, wirklich auf jeder, liebe Leute. Also für mich ein interessantes Projekt, weil es jetzt nicht heißt, dass es ein Investment Case ist, aber die geben auf jeden Fall Gas, sind dezentral und sind einfach cool. Auch wenn sie schon ein bisschen unrühmliche Vergangenheit hinter sich haben. Aber dazu jetzt mal nicht so viel. Ansonsten startet auch der NFT-Marktplatz. Also der erste große Konkurrent jetzt zur OpenSea, zur Rarible und zu den anderen Marktplätzen, die es so gibt. Wenn ihr wissen wollt, wo man NFTs kaufen kann, guckt gerne auf unsere Website. Da findet ihr sowieso alle möglichen Artikel, auch für Einstieg, eine kostenlose Checkliste, wenn du jetzt Einsteiger bist, Wallets, Vergleiche, Börsen, News, Prognosen, Analysen. Also Leute, die Website sollte auf jeden Fall mal unter euren Favoriten gespeichert werden. Aber der erste Marktplatz startet. Show you, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und gucke mir das Ganze definitiv an. Der NFT-Markt ansonsten abgekühlt weiter. Nicht wirklich heiß. NFT-Gaming zieht ein bisschen an, aber das war es dann auch schon. Also das waren die News für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Sag mir gerne, wie gesagt, unten in den Kommentaren, wie du die aktuelle Marktlage einschätzt. Siehst du das Momentum eher wieder Richtung Altcoin shiften? Wie lange und wann kommt Bitcoin dann eben mit dem Riesenhammer zurück? Und hoffentlich der Angriff auf die 100.000. Und wenn dir das Video gefallen hat, hau hier, zisch hier den Like drauf, vergiss das Abo nicht, vergiss die Glocke nicht, dann verpasst du nichts. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielleicht heute Abend bei Twitch. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal.